Wir laden Sie ein zu einem außergewöhnlichen Kinoereignis. Es geht um Liebe und den Triumph des menschlichen Geistes. Es ist die unglaubliche, aber wahre Geschichte eines mutigen kleinen Jungen. Du bist ein Idiot, halt die Klappe und sitz still! Wir zu Nummer 1 unter Amerikas Rallo-Stars-Mode. Wir haben uns heute hier versammelt, um nichts zu preisen! Das Buch ein Nummer 1-Bestseller. Seid bereit! Die erste nackte Frau in der Geschichte des Radios! Was, sind Sie ein Idiot? Du bist erbärmlich! Ich bin nicht erbärmlich! Der Nummer 1-Soundtrack in Amerika. Das muss man lieben, Leute! Was Sie gleich hören, wird Sie schockieren. Und jetzt schieben wir eine Nummer, jetzt live. Das ist doch ein Witz, oder? Du musst mal zum Psychiater. Howard Stern. Ihr Mann ist vielleicht eine Type. Nur im Radio. Du hast es endlich geschafft! Ach nee! Private Parts. Es gibt keinen Gott, solange Howard Stern auf der Erde rumläuft.